Hallo, liebe Community! Aber auch je nach dieser langen Zeit, die Freilichung und langsam die Decke auf dem Kopf fällt, lasst es uns tun! Deswegen müssen wir, dass wir so viele Möglichkeiten kommen, und... ...und... 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 Das macht mich zuversichtlich auf ein Leben danach. Schon 10 Minuten täglich an der frischen Luft können helfen, das Selbstwertgefühl und das innere Gleichgewicht auszugleichen. Wenn wir nur, wenn wir nur draußen etwas, entschuldigen Sie, wie bitte? Ich habe selbst nicht viel. Ist das okay? Guten Appetit!